Immer wenn man glaubt, dass es nicht schlimmer kommen kann, kommt der dicke Hammer und es wird noch um einiges schlimmer. Und daher werden wir wieder über Palantir sprechen. Die Aktie wurde extrem abgestraft, obwohl die Zahlen vom vierten Quartal 2021 gar nicht so schlecht gewesen sind. Wir werden uns aber ganz genau die Hintergründe anschauen, warum die Aktie so abgestraft wurde. Und da ich selber in Palantir investiert bin, auch plane weiterhin in Palantir investiert zu bleiben, werde ich euch auch ganz genau verraten, auf welche Zahlen ich denn eben achte, welche Risiken ich bei Palantir sehe, welche Chancen ich bei Palantir sehe und was ich genau halt eben beachten werde in den nächsten Quartalen, wenn dann eben die Zahlen veröffentlicht werden. Ihr könnt mir dann aber gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Ganze seht, ob ihr investiert seid, investiert bleibt oder vielleicht sogar jetzt auch noch darüber nachdenkt zu verkaufen. Sagt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren. Und falls du dich jetzt wunderst, warum ich dir bisher noch nichts angeboten habe, kein Kurs, kein gar nichts, dann liegt es daran, dass auf diesem Kanal hier alles kostenfrei ist. Das heißt, du kannst mich gerne mitverfolgen, kannst dir anschauen, in was ich investiere, indem du einfach diesen Kanal abonnierst, mich unterstützen kannst, einfach nur mit einem Daumen nach oben und wir starten direkt mit dem Thema. Als allererstes klären wir direkt am Anfang, warum wurde die Aktie von Palantir so stark abgestraft. Das Ganze lässt sich sehr einfach erklären. Wenn wir uns einmal die Financials anschauen, dann sehen wir hier in der Zeile Adjusted Earnings per Share, dass eben ein Gewinn pro Aktie im vierten Quartal 2022 von 2 Cent erreicht wurde und die Analysten hatten aber tatsächlich eigentlich 4 Cent pro Aktie erwartet. Und da muss man einfach ganz klar sagen, Palantir hat halt eben die Earnings verkackt, also die haben halt die Erwartungen oder die Ziele von den Analysten nicht getroffen und im Normalfall, wenn man halt diese Erwartungen dann eben nicht erreicht oder verfehlt, wird die Aktie oder der Preis der Aktie halt eben sehr, sehr stark abgestraft. Das ist fast in den meisten Fällen dann eben so. Und hier ist es bei der Palantir halt nicht anders. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass natürlich nicht nur die Analysten halt eben sehen, okay, die Erwartungen wurden nicht erreicht. Natürlich die ganzen Retail-Investoren, die merken dann auch, dass die Erwartungen nicht erreicht wurden und werden dann teilweise panisch verkaufen dann halt eben. Es ist aber auch tatsächlich so, dass an der Wall Street sehr, sehr viele Programme, also Bots, das Ganze dann eben traden, die werden dann eben so programmiert, dass die dann ganz genau sich die Zahlen dann eben anschauen, sobald das Ganze released wird und entweder erwartet oder werden halt die Erwartungen von den Analysten erreicht, dann wird halt eben nachgekauft oder gehalten und wenn das Ganze halt eben verfehlt wird, wird sofort verkauft, das muss man halt auch im Hinterkopf behalten. Zusätzlich kommt noch ein weiterer Punkt, den sehr, sehr viele Analysten halt eben nicht mögen beziehungsweise der sehr häufig bei Palantir angesprochen wurde, denn ich persönlich als nicht so schlimm empfinde und zwar sind das die Stock-Based Compensations. Die sind halt eben immer noch da, wobei man sagen muss, das Ganze wird langsam, aber sicher halt eben weniger. Aber da muss man definitiv sagen, dass die meisten Analysten halt eben es nicht mögen, wenn die Ergebnisse pro Aktie dann eben verwässert werden mit diesen Stock-Based Compensations. Ich persönlich sehe das Ganze eher positiv, weil sehr viele Tech-Unternehmen das Ganze dann eben so angehen. Unter anderem hat Tesla das Ganze natürlich auch so gemacht. Man kann sich das Ganze dann eben so vorstellen, dass damit halt eben gute Mitarbeiter angeworben werden und auch ein bisschen gehalten werden, weil die dann eben diese ganz hohen Geldbeträge nicht einfach in Fiat-Währungen ausgezahlt bekommen, sondern halt eben in Optionen oder halt in Aktienpaketen und dementsprechend haben die natürlich einen sehr großen Anreiz, selber im Unternehmen zu bleiben oder beziehungsweise halt das Unternehmen noch stärker nach weiter zu pushen, um halt zu sehen, okay, wohin kann sich das Ganze in fünf bis zehn Jahren entwickeln, wo kann sich der Kurs vor allem von diesen Optionen oder Aktienpaketen in fünf bis zehn Jahren entwickeln und da muss ich ganz klar sagen, ich empfinde das eigentlich als eine sehr, sehr gute Taktik, um dann sehr starke Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden und halt eben anzuwerben. Ein weiterer Punkt, der natürlich sehr, sehr vielen wahrscheinlich nicht gefallen hat, den sich viele angeschaut haben und das eher als negativ betrachten, ich persönlich nicht, werde auch gleich ganz genau erklären, warum nicht, aber man muss hier einfach ganz klar sagen, wenn wir uns hier einmal die staatlichen Umsätze anschauen, dann sehen wir, dass es quasi von Quartal zu Quartal wirklich sehr, sehr stark nach unten fällt, also es stagniert dann halt eben und viele, die sich mit Palantir beschäftigen, wissen auch, dass ein großer Teil des Umsatzes halt eben von den Staaten dann eben kommt, unter anderem, weil halt eben das Programm Gotham eingesetzt wird und da gibt es halt eben sehr, sehr viele Verträge in sehr, sehr hohen Millionenbeträgen, also sehr viele Verträge in Millionenbeträgen, wo dann halt eben man sagen muss, okay, das Ganze stagniert langsam, aber sicher, wobei der große Plan von Palantir ist es ja eigentlich eher in den kommerziellen Bereich zu gehen, weil dieser auch dann halt eben exponentiell wachsbar ist, beziehungsweise dort kann man halt wirklich extrem krass Cash machen, wenn wir uns auch gleich nochmal anschauen, aber man muss halt eben sagen, für viele Leute, die sich jetzt wahrscheinlich nicht so krass mit Palantir dann eben beschäftigen oder vielleicht für den einen oder anderen Analysten, wenn man das Ganze einfach nur kurzfristig dann eben denkt, in diesem Moment erscheint es halt einem nicht so positiv. Der letzte Punkt, der die Aktie wirklich auch zum Crashen gebracht hat, ist eher so allgemeiner Natur, das heißt, sehr, sehr viele Tech-Aktien sind tatsächlich davon betroffen, zumindest zur Zeit, und zwar hängt das mit der Inflation zusammen und aber auch mit den steigenden Zinsen. Wenn wir uns jetzt die 10-jährige Anleihe in den USA mal anschauen, dann sehen wir, wie krass das Ganze hier im Zins schon angestiegen ist, also wirklich heftig, also man sieht dann wirklich, wenn wir uns das hier mal anschauen auf dem Chart, dass wir hier irgendwo, ich sag mal, im Juli, August 2020 so einen Bottom hatten, das war hier wirklich das Ende der Fahnenstange, und seitdem geht es aber eigentlich nur noch extrem stark nach oben. Und das ist eigentlich so entgegengesetzt aller Tech-Aktien, vor allem vom ARK-ETF und, ich sag mal, sehr vielen spekulativen Tech-Aktien oder Tech-Aktien, die noch keine echten Gewinne haben. Da werden wir aber auch gleich nochmal darauf eingehen, auf das Risiko von Palantir. Die werden halt natürlich bei steigenden Zinssätzen dann eben abgestraft, weil die Leute dann eben eher in sichere Investments dann umschwenken wollen, in Value-Investments zum Beispiel, Value-Aktien und so weiter und so fort. Aber das heißt, wenn wir uns das Ganze hier einmal anschauen, dann sehen wir halt, klar, hier ist das einmal so rot, dass Palantir die Earnings nicht erreicht hat, dann eben stark abgestraft wurde. Das ist aber bei super vielen anderen Tech-Aktien dann nämlich genauso. Also, wenn wir uns einmal Facebook angucken, Meta, haben wir auch schon mal drüber gesprochen in dem Video, die haben auch zum Beispiel Earnings verpasst, auch extrem abgestraft wurden. PayPal genauso Earnings verpasst, hier auch extrem abgestraft wurden. Super viele Tech-Aktien haben gerade in diesem Quartal, also im letzten Quartal 2021, extreme Probleme werden immer weiter abgestraft. Und wenn wir uns jetzt einfach den Nasdaq anschauen, dann sehen wir, dass der Nasdaq auch vom All-Time-Heim auch sehr, sehr weit entfernt ist, ungefähr 20% weit davon entfernt. Und dann muss man ganz klar sagen, was ich schon letztes Jahr angesprochen hatte, dieses Jahr ist kein Jahr, in dem man von heute auf morgen reich wird. Das ist ein Jahr, wo man wirklich die Spreu von den Weizen trennen muss, ganz genau schauen muss, okay, wo wird man sein Geld dann rein investieren müssen. Und hier hat man dann eben bei diesen hohen Rabatten die Möglichkeit, dann in den nächsten 5 bis 10 Jahren so überproportional zu, ja, davon partizipieren, profitieren, dass man vielleicht sogar, je nachdem, wie viel Geld man investiert, dann eben reich werden kann. So, nach der ganzen Negativität, werden wir natürlich auch einmal positiv über Palantir sprechen, beziehungsweise warum bleibe ich denn überhaupt in Palantir investiert, nach den ganzen Sachen, die ich jetzt hier gesagt habe. Neben den Risiken gibt es natürlich auch Chancen und die müssen wir uns auch gemeinsam anschauen. Und das sehen wir jetzt einmal hier im kommerziellen Bereich, vor allem im US-kommerziellen Bereich, da ist das Wachstum halt wirklich extrem. Also ihr seht es in jedem Quartal, wie stark die immer weiter anwachsen. Insgesamt haben die es geschafft, in einem Jahr um 371% im US-kommerziellen Markt zu wachsen. Und das ist natürlich schon wirklich sehr, sehr heftig. Das ist auch der Fokus, den ich jetzt die ganze Zeit beobachte, denn die können auch wirklich nur exponentiell wachsen, wenn sie sich halt auf diesen kommerziellen Bereich dann eben weiterhin konzentrieren. Die staatlichen Verträge sind halt ganz schön, um eben sicher Cash dann eben zu haben, damit man halt kein Problem hat, zum Beispiel wie jetzt in den schwierigen Phasen mit der Inflation oder wenn generell auf der Welt alles so ein bisschen wackelig ist, da ist das natürlich immer ganz schön, wenn man so langjährige Verträge hat im Millionenbereich. Aber das ist auf jeden Fall der wichtigste Bereich, der kommerzielle Bereich, um dann halt eben zu sehen, dass Palantir exponentiell weiter wächst und natürlich auch der Aktienkurs dann eben exponentiell weiter wächst. Wenn wir uns das Ganze einmal wirklich insgesamt mal anschauen, dann sehen wir auch, dass hier auch ein gutes Wachstum vorhanden ist. Also das ist der gesamte kommerzielle Bereich von Palantir. Das heißt, wenn wir jetzt einfach weltweit uns das Ganze dann eben anschauen, da muss man aber halt ganz klar sagen, im Vergleich zu den USA ist das halt immer noch viel zu gering, also ist halt viel zu klein. Da muss man einfach den Fokus oder Palantir sollte halt eben den Fokus auch auf den Rest der Welt legen. Nicht nur so exklusiv in den USA versuchen, stark zu wachsen, sondern halt auch wirklich in anderen Bereichen der Welt. Vor allem, wenn wir uns das mal angucken, Asien mit der Bevölkerung, mit den Möglichkeiten, die man da eben hat. Das wäre natürlich wirklich sehr, sehr heftig. Das wird aber wahrscheinlich eher in den nächsten Jahren dann irgendwann nach und nach kommen, wenn halt vor allem der US-Bereich irgendwann ausgeschöpft ist. Was noch extrem wichtig ist und was ich persönlich immer mir anschaue und was die meisten Investoren eigentlich nicht vergessen sollten, ist einmal hier der freie Cashflow und hier der freie Cashflow bei 424 Millionen. Also das lässt sich definitiv blicken. Dementsprechend mache ich mir da auch wenig Sorgen bei Palantir. Egal was auf der Welt passiert mit Inflation, mit hier Russland, Ukraine und so weiter und so fort, das macht mir nicht so viele Sorgen. Da denke ich persönlich, dass Palantir sehr, sehr stark aufgestellt ist. Jetzt natürlich bei den Unternehmen, die sehr spekulativ sind, die jetzt auch noch einen negativen Cashflow haben, da würde ich dann eher schon zwei, dreimal hinschauen. Hier muss man einfach ganz klar sagen, das Modell von Palantir ist schon wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Mit den Summen im freien Cashflow, das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Zusätzlich, was ich persönlich immer mir anschaue in jedem Quartal, was sich jetzt auch sehr positiv entwickelt, meiner Meinung nach, ist einmal das Thema Total Customers, also die Kunden von Palantir. Das hatte ich auch mal ganz am Anfang von meiner Analyse bei Palantir mal euch in dem Video erklärt, dass ich gesagt habe, das Klumpenrisiko ist einfach derzeit sehr, sehr hoch bei Palantir, weil die einfach sehr wenig Kunden hatten mit sehr hohen Umsätzen. Also das heißt, ganz wenige Kunden haben den meisten Umsatz bei Palantir dann eben generiert und da ist einfach das Risiko, dass wenn ein oder zwei Kunden dann eben abhauen, dass sehr viel Umsatz dann auf einmal weg ist, also sehr viel Cash ist dann von heute auf morgen dann eben weg und da muss Palantir dann eben den Fokus drauf legen, das Ganze so ein bisschen zu streuen. Ich sage mal halt im Endeffekt halt so Diversifikation, das ist halt eben das Stichwort, dass man dann eben schaut, okay, man geht da auf viele verschiedene Kunden und wenn dann halt zwei, drei, vier Kunden dann eben abspringen, dann macht das halt keinen Unterschied. Der Umsatz wird nicht sehr, sehr stark davon belastet und das sollte eigentlich das Ziel sein. Wenn wir uns das Ganze hier einmal anschauen, dann sehen wir hier wirklich 71% Wachstum innerhalb eines Jahres. Das ist schon wirklich sehr, sehr krass und wir sind hier schon bei 237 Customers und da muss ich ganz klar sagen, die Zahlen, auf die ich achte, beziehungsweise die Zahlen, die mir persönlich wichtig sind, die sind alle sehr gut gewachsen. Wir haben Umsatzwachstum gehabt, also wenn wir uns hier einfach insgesamt das Ganze mal anschauen, dann sehen wir insgesamt ein Wachstum im Umsatz von 41%. Es ist auch im staatlichen Umsatz gewachsen, im kommerziellen Umsatz gewachsen. Also da muss ich ganz klar sagen, die Zahlen, auf die ich geachtet habe, mit denen bin ich sehr, sehr zufrieden. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr von der ganzen Sache haltet, ob ihr von den Zahlen von Palantir enttäuscht gewesen seid, ob ihr irgendwas anderes erwartet habt, ob ihr jetzt vielleicht sogar komplett ausgestiegen seid nach diesem Absturz. Ich muss euch ganz klar sagen, genau wie in all meinen anderen Videos schon angesprochen, und man hat ja auch gesehen, dass Tesla abgestraft wurde, wieder Bitcoin, die ganze Kryptowährung wurden abgestraft. Ich lasse mich davon nicht abschrecken. Ich denke, und da werde ich auch die nächsten Videos auch mal zu machen, damit vielleicht ein paar mehr Leute davon auch erreicht werden, dass die nächsten ein, zwei, drei Jahre entscheidend werden, um sich halt eben ein Standing aufzubauen, von dem man dann halt wirklich langfristig sehr krass profitieren kann. Jetzt muss man aber halt eben schauen, dass man in die richtigen Assets investiert und nicht in die falschen, weil ansonsten kann man vielleicht dann wirklich auf die Schnauze fallen. Wie gesagt, lasst mal eure Meinung da, in was investiert ihr, was haltet ihr von Palantir, was haltet ihr vom vierten Quartal? Ach krass, du bist ja immer noch hier. Also dann kannst du den Kanal auch genauso gut abonnieren. Ich kann dir zwar nicht versprechen, dass du mit den Informationen hier zum nächsten Millionär wirst, ich kann dir aber versprechen, dass ich dir nicht irgendwelche Tradingkurse an die Backe labere und dich nicht die ganze Zeit vollspamme mit meinen Affiliate-Links. Das Geld kannst du genauso gut sparen, um dann in Aktien oder Kryptowährungen zu investieren. Übrigens kannst du auch die Glocke aktivieren, um dann halt die nächsten Videos von mir zu sehen.